Etwas groß, aber... Nein, Mammut, halt dich zurück, halt dich zurück, halt dich zurück. Wer hat was, wer hat was, wie, wo, was, hä? Hä? Wer hat was, wie, wo gebaut? Ich hab keine Ahnung. Amiga Link hat Spaß. To your death! Hä? Dass er mich so erschrecken muss. Ich kann doch nicht mal dein Zeug aufheben. Ich kann dich noch nicht mal looten. Ohne Witz, ich bin grad total verwirrt. Und was macht er? Er baut mich weg. Zum Glück bin ich nicht gestorben, ich bin noch gar nicht... Hey, da fällt mir was auf. Du konntest gar nicht sterben, du bist nur zwei Blöcke runtergefallen. Ja, ich weiß, ich bin noch gar nicht gestorben. What? Ich bin doch überhaupt nicht gestorben bis jetzt. Du weißt, dass das geändert werden muss. Du weißt, dass er sich darum kümmern wird, dass das geändert wird. Also, ich muss mal jetzt langsam Essen machen. Äh, deswegen... Äh, tut mir leid, wenn ich da grad mal jetzt weg bin für die nächsten fünf Stunden. Okay. La 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 la... Ich versteck mich noch schnell. Bin mal weg. Ab durch die Mitte und so. Äh, so ne, aber wo war ich hier eigentlich stegebeam? Ähm... Gibt's hier irgendwo Wasser? Ja, hier bei mir. Wo ist hier? Hier hinten bei mir. Telefonieren von mir. Das ist gut. Alter, wie dicht ist denn dieser Wald hier? Ah, jetzt. Was für'n Wald? Was für'n Wald? Was für'n Wald? Ach ja, du bist ja tot. Was für'n Wald? Ich nehm dir Strom. Ich war tot. Halt, ich wollte doch mein Zeug ablegen. Ah, hab ich schon, okay. Alter, ich war eh fast da. Alter, ey, das ist mir egal, ey, Alter. Äh, 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 äh. So, liegt mein Zeug da noch rum? Ne. Also, ich konnte es nicht looten. Da muss es ja dagegen. Die Kekse hab ich schonmal, das ist schonmal gut. Das ist das Wichtigste. Ne, das sind Kartoffeln, verdammt. Wo sind die Kekse? Nein, er hat keine Kekse. Da sind sie. Oh, ähm, Double Chisel. Wasser? 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 Jemand Wasser? Nö. Gott. Wie hoch müssen wir eigentlich noch? Weit. Ne, so weit war das von mir gar nicht mehr. Weit. Ne, so weit war das von mir gar nicht mehr. Weit. Weit. So weit reichen deine Säulen nicht mal. Weit. Weit. Long, long time go. Nein, weiit. Das klingt wie ein Mantra. Weit? Hm. Na, ich weiß ja nicht. Wir haben die Hälfte hier schon fast. Fast macht immer einen großen Unterschied. Haben wir? Übrigens, Mammut. Ja? Ich hab die eine Kiste voll mit Ziegeln gepackt. Ja, 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 ja. Da muss ich keinen zusammenbauen. Mit was voll gepackt? Ziegel. Ziegel. Okay. Kennst du nicht Ziegel, das Pokémon? Ziegel? Ja. Ziegel. Nö, kenn ich nicht. Und da ist Ziegel? Ja, das ist einfach, ne, das neue Pokémon sag ich dir. Das beste Pokémon von allen. Aua. Das muss ich noch zeigen. Muss ich dir mal zeigen, bei Gelegenheit. Ich hab mir eh überlegt, mir noch nen 3DS XL zu holen für die neuen Pokémon-Spiele Ende des Jahres. Ich weiß immer noch nicht, ob ich mir nen 3DS anschaffen soll. Äh, ich, also theoretisch kann man... Es gibt viele Spiele, gerade hier so Japano-RPGs, die mich theoretisch sehr interessieren würden. Feuer Emblem. So nen Bleistift. Aber, ne, ich dann als Let's Play denke ich mir immer so, ja, dann brauchst du halt 3DS mit Capture-Card. Und mit Capture-Card, ne, immer ein bisschen teuer. Und dann denke ich mir immer so, ja, ich brauch Geld hier, ich brauch Geld da, ich brauch hier vom Watt und da vom Watt. Und dann bin ich dann auf einmal wieder geizig. Weißt du, und wenn ich dann wieder anfange... Ich meine, es fängt hier sowas an, ne, wie ne Xbox One, die ich immer noch nicht effektiv genutzt hab. Und, ähm, das ist... Dann... Bei, bei, bei... Also, ich weiß, du hast da immer so ein bisschen den Let's Player Anspruch, maybe vielleicht mit noch mit drin. Aber ich denke mir, manchmal musst du dir auch Sachen einfach auch mal so für dich moi holen, ne? Ja, das tu ich auch so schon zu Genüge, glaub mir. Ich rede nicht von Cooks. Ich auch nicht. Ja, ja, ja. Ich rede von Keksen. Halt, ich brauche Fackeln. Nein, ich habe Fackeln. Hier habe ich Amigalin geklaut. Was? Ich hab weniger Fackeln als vorher. Das war das Einzige, was ich looten konnte. Aber egal, ich habe noch ein Stack Sticks, ich kann mir neue Fackeln machen. Wir haben auch noch eine Truhe voller Fackeln. So ist es ja nicht. Habe ich nicht gefunden, ich hatte... Neben den Essenskisten. Okay. Also eigentlich nicht zu übersehen. Da, nö, aber das müsste wirklich, grob gesagt... Aber ich hatte Holz gefunden, also habe ich ja welche für selber gemacht. Also, passt. Das müsste grob gesagt echt die Hälfte sein wollen, auf der wir da... den Gurken da oben rum... Kann ich nochmal ran zoomen? Hm, gar nicht, weil du nicht Optifine installiert hast. Äh... Ist schon doof ohne Mods, ne? Hm, doof ohne Schaufel. Oh ja, da sagst du was. Ich habe immer noch keine Schaufel geholt. Ich war jetzt schon 30 Mal jetzt wieder bei den Truhen. Denkst du, ich habe mir eine Schaufel geholt? Nein, natürlich nicht. Why should you? Hast jedes Mal zwei Steine weggelegt und bist wieder zurückgelaufen. Hm, ja, eigentlich bin ich da auch teilweise herumgeguckt und bin einfach nur so Brain-AfK. Ach so. Mal wieder angeguckt, was so alles entstanden ist. Ja, genau, das habe ich auch gemacht. Bei den Löwen findest du auch noch zwei Truhen, ne, mit Steinen. Ja, das sind die Elemente Steine. Steine haben wir, ne? Ja, Siegel. Genau. Also, so ist es ja nicht. Ist ja nicht wie bei armen Leuten hier. Kann man Erde, kann man eigentlich so irgendwas aus Erde machen? Ja. Was? Erdturm. In dieser, in dieser Version hier nicht. Aus der Zürme. Manche bauen daraus ein Erdgenital. Manche machen damit Häuser. Fang nicht mit Genitalchokes an mit mir. Tue ich nicht. Ich habe nur gesagt, was andere damit machen. Mammut. Ja, bitte? Alles klar bei dir? Ich habe keine Ahnung. Das kann man zum Beispiel mit Erde machen. Siehste? Wieder hoch. Zieh dich nicht mal. Mit Ö. Mit Ö. Mit Ö. Mit Ö. Aua. Meine Ohren sind empfindlich. Ui. 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 Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Aua. So. Schon war's ruhig. Und schon ist es still. So. Amiga Link, da musst du uns unterhalten. Ich muss es ja ganz, ganz toll. Mach mal hier den Allein unterhalten. Ich muss hier konzentriert bauen. Und beim konzentriert bauen verkack ich schon immer. Bin hier konzentriert am Stein abbauen. Na immerhin. Ja. Eben. Na also gut. Inex. Unterhalte uns. Ui. 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 Sehr schön. Ne? Sie kann das. Gut. Hätten wir es auf. Ui. Tem kann richtig gut. Ui. Ist richtig schön. Sonder schön. So. Ääääh. Und nochmal eben einen kurzen Kontrollenblick. Ob ich das hier richtig gebaut habe. Okay. Ähm. Nicht, dass ich irgendwie dann... Zuschauer werden mich darauf hinweisen. Ähm. Ja. Dann ist es nur allerdings zu spät. Ah. Dann kann ich das immer noch nachredetieren. Und dann sage ich ab. Was denn? Ist doch alles richtig. Ne? So. Was soll denn los sein? Also die Autogrammkartenfrage haben wir auch abgehakt. Ähm. Was haben wir noch? Würdest du deinen Job in einen Teilzeitjob umwandeln, wenn du zum Beispiel von deinem selbstproduzierten Spiel halbwegs leben könntest? Oder ist Vollzeitjob für dich sicherer? Das ist eine gute Frage. Weil eigentlich... Vorausgesetzt die Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich halt die gleichen, dann... Ist es grundsätzlich nicht verkehrt halt Teilzeitjob zu machen wegen... Ne? Mehr Zeit. Aber... Das ist erstmal nicht der Fall. Aber... Es... 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 Man könnte einen Teilzeitjob daraus machen. Aus meinem bisherigen Beruf. Das wäre durchaus möglich. Mehr Zeit für... Übliches Gedöns. Ob man das macht, ist eine andere Geschichte. Ne? Solange halt die Sicherheit im Job halt nach wie vor so gegeben ist. Mal gucken. Eher mal sowieso gucken. Irgendwann... Was das Spiel dann irgendwann tatsächlich mal finanziell abwirft. Muss überhaupt irgendwie mal weiterentwickelt werden. Im Moment ist schlecht, weil Minecraft... Äh? Da ist... Da ist das Entwickeln immer ein bisschen schlecht. Ich dachte, dann machst du das so nebenbei. Ja, klar. Ich meine, ich bin zum Multitasking fähig, aber auch nicht so. Hm. Jetzt enttäuschst du ein paar Leute. Ja, das ist okay. Nachher wird es der größte Flop. Wer weiß. Ja, möglich ist alles. Vielleicht wird es auch der absolute Oberhammer. Nein, das... Das ist tatsächlich etwas, das habe ich in meiner... Äh... Wahrscheinlichkeitsberechnung nicht mit einberechnet. Dass so etwas passieren könnte. Das wird... Nein, nein. Hatte Notch auch nicht mit einberechnet. Ich eifere aber nicht noch Notch nach, ne? Also das ist jetzt nicht mein Gedanke dahinter. Ja, ich sag ja nur. Wer weiß. Das Problem ist aber auch, dass halt Inferno Nights halt dann irgendwann... halt tatsächlich ein Ende hat. Und mein Kraft nicht. Naja, das ist halt so ein großer Unterschied. Boah, weiß ich nicht, ob das in dem Fall so einen Unterschied macht. Wenn du ja zwei Millionen mal verkauft hast, ist das ziemlich egal, ob das ein Ende hat oder nicht. Ja, gut. Aber erst mal zwei Millionen mal verkaufen. Ja... Naja, wer weiß. Ich halte es nicht für realistisch. Ich freue mich über einen Absatz von 100. Wie oft ist Minecraft eigentlich jetzt verkauft? Über 10 Millionen oder sowas. 11 Millionen, 12 Millionen, irgendwie sowas in den Dreh. Ich wollte gerade gucken, aber die haben die Seite geändert. Da gab es doch so einen Live-Ticker. Bist weg. Warte. Und dann ist halt auch immer noch so eine Sache, für was für einen Preis werde ich das Spiel dann verkaufen? Eigentlich will ich immer noch anstreben, so das 10-Euro-Spiel. Klingt doch gut. Finde ich. Wo dann vielleicht der eine oder andere sagt, ist es teuer? Und der eine oder andere sagt, ja, nö, ist zu günstig. Vollpreis. Vollpreis. Aber ich glaube, die wird es immer geben. Ja. Ja. Oh, hi, Larion. Ach, da bist du. Ah, okay. Das mit dem Preis von dem Spiel, das wird halt dann irgendwann auskalkuliert. Wenn es dann mal so Richtung finale Version von dem Ganzen geht. Wobei brauche ich mir da eigentlich noch gar nicht so richtig Gedanken drum machen. Halt schon, äh, theoretisch soll es günstig werden. Weil es halt auch mit ohne großen Kostenaufwand halt erstellt wird. Ja, dafür hast du aber ewig dran rumprogrammiert. Ja, aber immer mal wieder so eine mehr, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass ich mich jetzt hier jeden Abend hinsetze und jeden Abend programmiere. Nicht. Nein. Äh. So wieder werde ich enttäuscht. Ja. Das ist okay. Ich komme damit klar, dass ich die Leute enttäusche. Ach, ja. Ist natürlich halt auch so ein Grund, warum sich das natürlich auch alles sehr in die Länge zieht. Naja, klar. Wenn ich das jetzt hier, ne? Wenn ich jetzt Let's Plays pausieren würde und arbeiten irgendwie nur das Nötigste und dann nicht mehr jeden Tag sagen würde, ja, ich arbeite hier noch drei Stunden nach und, ja, Wochenende, was für ein Wochenende, klarkolz zur Arbeit. Ne? Wenn ich das alles weglassen würde und halt mich nur noch aufs Programmieren konzentrieren würde und zeichnen und lalala und hast du nicht gesehen, dann wäre das Spiel halt auch eine ganze Ecke früher fertig, ganz klar. Aber das ist nichts.